Hallihallo ihr Lieben! Hallihallo, die Energietankstelle grüßt. Und zwar müssen wir euch echt mal was mitteilen. Ja, wir machen im Moment eine Pause, weil wir ein recht großes Projekt haben. Aber seid auf jeden Fall gespannt, da kommt was Großes auf uns zu. Wir kommen wieder. Ja, vor allem wenn wir wieder sagen, hi und hallo. Macht's gut ihr Lieben. Alles Gute für euch. Tschüss.